Jojojo Leute und hallo, herzlich willkommen in einer weiteren Aufnahme 3 gegen 2 Rocket League Trades mit Jörg und heute holen wir uns Silber Do it So beginnen wir doch gerne in der Aufnahme, oder? Mich wundert, dass er keine Vorlage bekommen hat So richtig schön mit so einem Angeberding Jawoll, du hast sie geklaut, du hast dich einfach unter seinen Arsch geschoben Mach du Okay Jetzt haben wir hinten reingeflogen Das hätte mir sogar fast noch meinen Flugkurs gekostet, den kriegst du noch mal in die Mitte? Ah Ja Ist ja schön Oh der war schön Mensch und Mensch und Aber ich hätte ihn auch bekommen Muss ein paar Punkte ausbauen Ja ja, da werde ich weiter mehr Plus bekommen wie du Oh fuck Der war nice Ich habe ihn tatsächlich bekommen, ich habe ja gezweifelt, ne? Der rüber Boah Ich habe keinen Nitro Der ist drin Jetzt schon Ja das Problem ist, ich konnte nicht im Tor stehen bleiben, weil ohne Nitro bei euch nicht stehen bleiben, da kann ich nichts machen Ich dachte der erste trifft und bin gesprungen Ja und der ist auch gesprungen Schade hätte ich niemals ohne Nitro rausholen können Naja So jetzt, oh der wurde weggeräumt Okay Bandenball, ah ne kriege ich nicht Was los Aber ich habe ihn abgewehrt Oh shit Oh oh Alter der war mal Der war einfach mega lucky Der war einfach mega lucky Serious Boom zack Dings Und direkt rein Konnte ich auch nichts machen Der war einfach Der war einfach Der war einfach Achso ich dachte du bist dem hier Oh Oh nice Ich habe ihn sogar fast noch gemacht In die Mitte David Ich habe die Weinen verlängert Ja hätten ja klappen können Oh nein Bei mir Ja Ey der ist voll ein Lacker Oh nein Und da war auch nichts für Ja ja Natürlich Aber er hat sich zwar abgefälscht Dass ich nicht mehr rank habe Aber ich habe ja nichts gegen ihn gesagt Aber es war trotzdem doof Ah nice Der war richtig nice Ich habe mich einfach frontal vor ihn gesteckt Habe ich den? Nein Der ist rüber geflogen Ich glaube der ist einfach frontal vor ihn gesteckt Ich werde die gar nicht getraffe Ich fahr ab Au Ja komisch Oh shit Oh man ich wollte es versuchen Sorry Ich wollte nur den ausspielen Hast schon Du hast mich nicht ausgespielt Ich habe die beiden getraffelt Du hast sie nur ein bisschen abgefälscht Aber es hat ja gepasst Weil direkt auf Starkiller Oh 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 Schade Er kommt wieder schön zurück Du bist alleine Geh Safety Du bist wieder alleine Oh ich war so knapp Kein boost Was? Oh man Ich dachte er ist drin Ich habe hier gerade Kabel Kabel? 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 Ja Mein Headset und mein Controller Kabel Kabel Salat hast du? Oh nein Schade Das habe ich gerade Ein Auto gepflippt Wenn ich Glück habe Die Der spielt mich natürlich aus Noch mal Sorry Schade Ah Starkiller Heißt der überhaupt Starkiller? Ja Jaja der heißt Starkiller Ist eigentlich auch nicht so schlecht Oh nein Ey Ding Ich habe ihn zu stark geschleudigt Ich wollte ihn nach oben schlagen Nicht nach vorne Oh da ist Der ist daneben Aber der Nachstoß könnte doch gefällig werden User in your channel timed out Okay Das ist jetzt richtig scheiße Und der ist raus Jaja Noch ist es nicht verloren Und der kommt wieder Er hatte scheinbar einen kurzen Internet timeout Ich muss jetzt gerade nur ein bisschen ein auf Torwart machen weil Ist ja einfach zu gefährlich gerade zu pushen So ich habe ihn ausgespielt Und ich habe es gemacht Und ich habe es gemacht Oh mein Gott Oh mein Gott Wir haben uns selber eins geholt Wie gesagt Heilige Scheiße Dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder In einer weiteren Folge Weil dadurch dass Ähm Der Jack jetzt weg ist würde ich sagen Beenden wir die Folge an der Stelle Wir sehen uns das nächste Mal Wir haben ja unser Folgenziel erreicht Wir haben uns selber geholt Wir haben gerade gewonnen 2 gegen 3 Und bis dahin Servus Wir haben uns Ja Los Los Lokal Los Los